Du bist Toast, Snog! Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnog? Nasty Gnog, der ist Toast. Also heißt das, er herrscht wieder Ordnung im Drachenreihe? Größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich.